Willkommen zu deiner täglichen Wohnfit-Viertelstunde, mit der du fit und fröhlich durch den Lockdown kommst. Wie jeden Tag haben wir fünf Übungen aus dem Programm www.seestadt.at zusammengestellt, die wir dir besonders ans Herz legen. Du kannst die Übungen zu Hause machen, im Stiegenhaus oder auch draußen. Überall ist der richtige Ort, um aktiv zu werden. Heute haben wir ein paar Übungen entweder mit Handeln oder mit einer PET-Flasche. Du kannst nehmen, was du möchtest. Wir starten mit kleinen Ankreisen. Kräftigung für die Schultern. Die zweite Übung, da nehmen wir nur eine, wir drehen und stellen dazwischen die Flasche immer ab. Nehmen wir es wieder hoch, Rumpf drehen. Kräftigung für den Rumpf. Die dritte Übung, die Flasche nehmen wir in eine Hand und übergeben oben. Kräftigung für die Schultermuskulatur. Dann nehmen wir die Flasche, Tischflasche hochhalten. Vorne runter und nach oben. Kräftigung ebenfalls für den Rücken und die Arme. Und die letzte Übung, das ist eine Fußmassage, da muss ich kurz danach vorkommen. Wir nehmen die Flasche und machen eine kleine Fußmassage. Da wäre es gut, wenn ihr keine Schuhe anhabt. Die ganz genauen Übungen seht ihr in den Videos. Das ist eine Schuhe an euch. Musik 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 Das waren unsere 5 Übungen für heute. Mach sie, solange du Lust hast. Aber wirklich so, dass du dich ein wenig anstrengst. 45 weitere Übungen findest du auf www.turin-verein-seestadt.at oder unter dem Stichwort Stiegenfit auf YouTube. Musik 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 Musik